Was sind eure Lieblingsplätzchen? Die von Oma. Hilda Brekle. Oh, meine Mutter macht so viele. Ich fühle mich da gar nicht so oft. Das sind diese Herzkinksen mit Marmelade. Lebkuchen, wenn das als Brezeln durchgeht. Zählt schon. Die ganz normalen mit ein bisschen Schoko drüber. Auch lecker? Vanille-Gipfel. Zimtsterne. Vanille-Gipfel. Vanille-Gipfel. Oh, wie normal. So mit Marmelade-Füllung. Ich weiß nicht, wie die genau heißen. Das ist ganz normal, oder? Kekse. Okay. Auch. Cookies. Cookies? Was? Was ist das? Lebkuchen. Ich kenne die Namen nicht. Cookies, ja. Sind das so mit Sternen und so, die Sachen? Ja. Mal so Weihnachtsbäcker. Ja. Oh, das. Wie heißt das? Das mit Marzipan, ist das was? Marzipan, ja. Ja, ja, das ist Marzipan, wie es das ist. Ja, wo das drin ist, das ist. See something. Das ist ein Cookie. Was sind eure Lieblings-Gipfel? Cookie! Nus-Eggen. Nus-Eggen. Oh, lecker. Definitiv Nus-Eggen. Ja. Lecker. Food. An Weihnachten. Mondkekse. Mondkekse? Was soll das sein? Mo-Nam. Vanille-Gipfel. Ja, oder so. Kroketter. oceans. Puh. Hu-Kroket. warming. Hu-Kroket. Ho-Kroket. Oh, well. raout. intra.